Crashkurs Ist das ein Metal Gear im Hintergrund? Ja! Noch wie war crashen einfacher? Hä? Nein, crashen wird das einfachste für heute sein. Nein, da steht Oben links steht Crashkurs Crashkurs Nicht nur falsch übersetzt, sondern auch noch falsch geschrieben Guck mal, rechts, guck mal, rechts ist voll die Bitch, die ist voll scheiße Ich bin der Schwarze in der Mitte Zerfleisch und wie findest du Zoe? Das ist definitiv Metal Gear im Hintergrund Das ist auf jeden Fall ein Metal Gear Zoe-haftig Was soll ich dazu sagen? Nee, wir haben eben rausgefunden, die finden die Frauen nur gut Weil Oh, dann sind wir nicht weit gekommen Was mit dem Piloten Entschuldigung Guck mal hier, ein Zombie hat ein Headset Ich geb mir das Wir hassen Zoe einfach Die meisten finden Zoe nur gut, weil sie geil aussieht Das ist ziemlich Oberfläche Eigentlich mag ich ja Zoe auch nicht, aber Entschuldigung Zoe, das tut mir total leid So Ich hab wieder keine Nahaufnahme Äh, Nahwaffe meine ich Gate, wo bist du? Ach du Ach, Moment mal, hä? Du spielst keine Frau? Was mit dem? Nein, aber ich bin auch im Nachhinein ganz froh Jetzt wollt unbedingt Zoe, weil er auf sie steht Ja Und Gate nimmt halt nur Rochelle Wegen Harry Ah Aha Rochelle ist ne coole Sau und sieht gut aus Ja? Ja Ja, aber äh Captain Thunderbird auch Thunderbird Ja Warum nicht? Ja, wie der heißt Es ist ein Bild Lade nach Du meinst hier Capniklo? Ja, ich meine Ja, einige stehen bestimmt auf Capniklo Warum nicht? Hier gibt's bestimmt Bilder Bestimmt? Es gibt ja oft Fanfictions von Alice und Nick, wie sie zusammen sind Wer? Äh, Link und Alice, die beiden aus Left 4 Dead 2 Die beiden schlanken Jungs? Ja Okay Oh Ja, okay Ja, doch Warum ist auch immer Fanfics für den? Könnt ihr mir einer helfen? Für die Mädchen Ah, oh Für die Mädchen verstehe ich das natürlich Ah, Mann, jetzt bin ich schon wieder versuchten Ja, komm her Nee, ja Heil dich Das gibt doch wirklich oft von Beauty Fanfictions aus Ja, ich weiß jetzt Eins davon hab ich mir durchgelesen und musste fast kotzen Oh Gott Und dabei lachen Jetzt ist aber so Selber schuld das Wieso? Was war denn da drin? Erstmal, warum liest du Call of Duty Fanfiction? Zweitens, was war daran so schlimm? Weil es so schön lächerlich war Die wurden sogar hyped Gibt bei Call of Duty überhaupt Charaktere, die man fanfiktieren kann? Oh, fass Ja, es gibt so ein paar Charaktere Es gibt so ein paar Namen, aber die haben alle keinen Charakter Es sind einfach nur Soldaten Also ich verstehe bei sowas Ich hab's noch nicht gespielt, also nicht spoilern Aber ich verstehe bei diesen Franchises wie hier Okay, du hast ein Baby offensiv Spoiler Nein, wie heißt das? Dieses Science-Fiction-Dingens, wo die Fans richtig abgehen Ah, dammit Hab ich das vergessen Das spielt doch hier Yes spielt das total gerne Man Mass Effect Mass Effect, danke, ja Ach, da gibt es viele Fanfictions? Ich hab noch keinen Durchschnitt Nicht Fanfictions, ich bin nicht so Fanfictions Aber es gibt sehr viele Pairings Achso, ja, sowieso Es gibt auch sehr viele Und deshalb denk ich mal auf Fanfictions Bei Fanfictions ist das einfach so zu machen Es gibt auch so viele Was? Dankeschön Ich verstehe dich nicht so schlecht Es gibt auch so viele Lesben Pairings Das gibt's nicht Es gibt was? Es gibt ein Pairing Da ist dieser Anfangsmacker Der Hauptcharakter Und so ein komischer Alien Ja Männliche? Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Shepard Shepard, genau Ein männlicher Männliches Alien Weiß ich nicht, so mit Zentakeln halt Ich hab keine Ahnung Ich spiel das irgendwann nochmal Okay, das ist wahrscheinlich Asari Das ist eine Asari Wahrscheinlich entweder Leara Man sieht das nicht Es sieht aus wie ein Alien aus einem Alien Film Doch, doch, doch Ich weiß wie du meinst Ich weiß grad die Namen nicht aus Das ist es halt Aber deshalb Fanfiction gibt alles Ich Toll jetzt Ich hasse Zombies Wer hat den Molotov geworfen? Ich Jesus Ey, hier ist ein Panzer Auto Alles Wer? Ich hab dich gerettet Hör auf jetzt Nö, 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 nö Man, Zoe Yes, nicht wieder aufs Auto schließen Ups Yes Ups Ups Zoe, ich bin doch nur ein Mädchen nur Max Ich muss ja Max voll übernehmen Das hab ich gar nicht gesagt Zoe, etwa aus wie die Ja Aua Ich vermisse Alice mit seinem Spruch Mit seinem Spruchwort Äh, mit seinem Spruch Will der mich ficken? Aber überlegt mal Warte mal Wenn es von diesem Spiel Äh, ein Fanfiction gibt Dann wird es auf jeden Fall von Mass Effect auch Fanfiction geben Auf jeden Fall Natürlich, natürlich Es gibt Gronkh und Saratza Fanfiction Das sowieso Gronkh und Saratza Fanfiction? Ja, natürlich Ja Okay Ich sollte nicht anfangen mit Fanfictions, will ich Doch, mach, 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 mach mal ein Video wo du irgendwelche Fanfictions vorliest Ja Wenn denn aber so ein bisschen kurz zu sein, ey Es gibt sogar Fanfictions von Ratchet & Clank Warum nicht? Zwischen Ratchet & Clank? Ja, zwischen Ratchet & Clank ist nicht Erstmal, wo bist du, dass du die findest? Zweitens, warum liest du die? Drittens, Clank? Aua Ich weiß nicht Ich hab dich nachgeguckt Es gibt bestimmt eine Fanfiction zwischen Ash und Pikachu Ja, das hab ich damals sogar Das war am Anfang des Internets Und da war ich mal auf einer Fanfiction Seite Und da gab es den ganzen Zwil Und dann hab ich das gelesen plötzlich Warte mal was Und ja, es gibt's Und sagen wir mal so Wenn es vor 10 Jahren war Dann wird es heute das auch geben Wups, Alter Zumal ja irgendwie Ash ja auch mal Selbst ein Pikachu wurde Scheinbar irgendwie Keine Ahnung Was? Ja Spoiler Keine Ahnung Ich hab auf jeden Fall Fanart gesehen Die scheinbar auch Also danach geht, dass er irgendwie einer ist Ups, ein Pikachu Achso Und hier ist eine Wursi 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 Oh nicht schlecht Chocolate Charger Hilfe Oh mein Gott, so eine Witch nebenan Aaaah Au Oh du bist ein Otto Das ist ein Shotgun Was konnte ich dafür Der Charger hat mich zu Witch geschleudert Ich hab die Witch getötet Der jetzt reagiert gar nicht so. Mit meiner Snyder. Finde ich gut. Ey, hier ist Drogen. Drogen! Oh, hier, Nimm Drogen! Ich hab schon Drogen, dankeschön. Ich hätte lieber irgendwas zum Werfen, aber okay. Das kannst du dir in den Bauch spritzen, das sieht toll aus, glaube ich. Kann Zoe in den Bauch spritzen, dann gibt's vielleicht eine Abtreibung. Das ist besser für die Welt. Zoe holt doch bestimmt ganz viel Botox. So wie Heidi Klum. Feuern sie die Haubitze ab. Den ganzen Körper voll. Es war die Klumpe, ich hab gehört. Ich hab mir sagen lassen. Hey, das ist doch der Anfang der Brücke scheinbar. Woah, 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 woah. Sie kommen! Ah, ja, you're killing me! Hey! Yo! Ah, da! Oh, hab ich schon nichts gesehen, Entschuldigung. Oh, die wollten sich lieben! Ja, Kettenseger! Ja, Kettenseger! Kettenseger, Kettenseger! So, ich glaube in meine Bauch. Nö, nö. Ah, okay. Ah, doch, doch, yay! Ich kann werfen. Ich liebe die Kettensäger. Ich liebe diese, äh, Piep, 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 Dinger. Yes, Achtung! Ah, ah, ah! Woah, 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 woah. Ah, ah, ah! Oh, jetzt will mich alles vergewaltigen. Cardinal! Zoe wird vergewaltigt? Dennis hat sie nicht nötig. Ah, ne, warte. Gerade weil sie sieht gut aus. Weil sie so viele wollen. Das ist natürlich nicht so schön. Das tut mir aber leid, Zoe. Ja, dann komm her, Zoe, komm. Bitch, Zoe. Du gehst mir doch wieder hier auf die Knie und büchst dich. Hey, was hast du mit dem Baby gemacht? Das Baby hab ich Zoe als Räder reingeschoben. Yes, my Daisy. Lauter! Oh, Erinnerung. Wir waren doch auch schon mal über ne Brücke. Warum sind hier keine Dingens drin? Manu. Wir brauchen Heilungen. Wer? Vorsicht! 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 Für die, für deutsche Synchro hat das Spiel eigentlich verdammt gute Synchro Stimme. Ja, das stimmt. Oha, Hitler! Aus! Joa, das ist toll. Ah, wer soll? Noch ein Hitler? Ja, ich muss sie doch irgendwie absch... Ich muss doch irgendwie schießen. Eigentlich müssten wir alle diese Mods reinmachen. Ja, schuld. Auch hier hast du es einfach runtergelaufen. Ja, was denn lassen wir hier unten sterben? Egal, ich hab ne Sniper. Oh, ohne... Du bist bei der Kettensäcke, die geht einfach so schnell leer. Ja. Es gibt ja irgendwie manchmal... Normal. ... dass er endlich viel Benzin hat. Nein! Wie bist du jetzt gestorben? Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen, komm nicht mehr hoch! Das macht er nur damit Zoe ihn anfasst. Natürlich. Gibt's einen anderen Grund. Nimm das hier. Dankeschön. Schussraum! 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 Ah, da! Super! Gehen wir durch! Ah, ich bin als erstes jetzt! No! Help me! Ich bin auch durch! Nö! Hast du einen Molly? Ja! Deckung bitte! Was ist... Deckung bitte! Mach die Tür zu! Nein! Wo sind die Medikins? Hallo! Warum trinken wir nicht mal ein bisschen Wasser? Ach da! Ah, okay! Gut gemacht! Ich wollte gerade das Bibi anlegen! Welches Baby? Ach so! Ich seh's doch! Ich seh's doch nicht! Wir haben gleich viele Infizierte getötet, Tufi! Ja! Und ich hab mit der Witch wieder gekuschelt! Ja! Und bei mir sind's eingewickelte Babys! Was? Die Heal-Paints! Schade, dass ich das nicht sehe! Du weißt nah kaputt! Wollen wir das gelesen? Halt euch mal jetzt! Hehehehe! Hey, vielleicht kann ich dir mal nach... Nach der Runde oder irgendwie mal die Sachen checken! Peter! Peters Army is still in the riverside... Writing for your dream... Oh, ne Pizza! Brauchst nicht ein weiteres Baby! Ich hab auf die Pizza geschossen, halt die Frech! Hey! Hör schon auf! Ja! So, lauf vor! Komm nicht zurück! So, ihr ist weg! Wer? Oh! 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 Laser hier! Laservisiere! Wo? Wo? Ah! Dankeschön! Oh, ho! Ich hab nicht gesehen! Nee! Ah! Laservisiere an einer Shotgun! Ganz voll mies, dass Tank die Türen eingrempelt werden! Warum nicht? Shotgun will doch auch gelasert werden! Das ist ja Juge! bleibt liegen bleibt liegen bleibt liegen warum sich hier über diese riesige spulen was bringen sie die riesige spulen spulen der riesige spiele war nicht ein entgegner als riesiger schule das wäre aber wieder diskriminiert weil dann würden das alle nur spielen um den schwulen umzubringen und das wäre wieder richtig ekelhaft dann dann würde ich wieder sagen es gibt bestimmt nicht die bestimmte stimmst du das mal jetzt alle zu gucken dazu höre schön googeln ist übrigens da lang hier liegt ein schlagstock ich glaube meins besser hallo jetzt wahl es wundert und es ist nun wieder auch kettensäger neue karen nein nein das hast du das hast du verdient das hast du verdient jetzt rette mich du bist da das hast du verdient das hast du auch verdient er schießt mich ab lustig wie alle brennen das war nur die feinheit moment ich muss rumlaufen haben wir nicht von hier Kann sein Nein WTF Hier liegen bestimmt keine Drogen in diesem Gebäude Achtung da laufen Leute rum Überlebende Jetzt nicht mehr Sie müssen ihnen helfen Stell mir grad vor, da laufen immer wieder hoch Hier ist irgendwo ein Postbote oder so, die überlebt hatten Äh, weiß ich, Franz Das ist die Medien einfach oben Spitter Aber dann wiederum, warte, ich überlege jetzt gerade Ich hab mal vor zwei Jahren auf 4chan oder sowas war das Zombie-Porn gesehen, also Oh Gott Äh, wenns sogar nur Zombie-Porn an sich gibt, wirds alles geben Also so gesund Es gibt doch Zombie-Händler, das hab ich auch gehört Achso, so richtig animiert sogar Ja Na dann Ich will auch dieses Schuss haben, den Bitch hat So ne Kacke So ne Kacke So ne Kacke Man weiß bei Zoe was man hat Wie gesagt, wenn Zoe nur post und nicht redet Warum nicht? Ja So ne Kacke Das ist sexistisch Wenn ich zu den Container, ich geh ausnoten jetzt Ich weiß nicht, ob sie jemals sowas sagen Oh Gott Hier gibt's Waffen Wenn er Yes tötet, dann... Hier gibt's Waffen Nein, das stimmt Ja ungern, aber okay, komm Weil du Yes tötest Den fehlt ein halben Körper, der da ist Äh, Tank, Tank Weg da, Gates Ah, ich komm nicht weg Ah, warum häng ich jetzt fest? Ah, Hilfe Kacke 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 Ah Moment Kacke Wer will die Spritze haben? Weil ich find die doof Stirb, stirb, stirb sagt Stirb Wer? Na, ich tu sie mir einfach mal so gleich rein, Alter Oh, ist das schön Weil jetzt hör ich wieder nichts Ah, Char Char Au Hallo Was soll das? Was bringt die Spritze? Äh, wirst du schneller? Ah, nicht so Okay, das ist so seltsam mit dem Sound Vielleicht kannst du mir ein Medipack geben Ja, niemals Naja Ich hab leider keinen mehr Ich guck mal wenn Alles ist grau Es ist erotisch Danke Du hörst was gut Ja, ich weiß was gut Das ist die Stimme von Without a Tracing Äh, der Chaotyp Was ich auch mal weiter gucken muss Mann Ich komm nicht mehr nach Okay, wie sieht's aus mit The Walking Dead bei dir, Gates? Ne, wie gesagt Ich, in letzter Zeit kann ich nicht Äh, ich hab die ganze Zeit Ähm Ich hab zwei Filme geguckt endlich mal wieder Und hab die ganze Zeit gerendert und gemacht Und so Und daher Muss ich mal weiter gucken Sowieso einige Serien Dafür haben wir aber viele aufgehört Also komm ich wohl bald dazu Leider haben 2012 viele gute Serien aufgehört Warte Oh Babys, Babys liegen hier, Babys Warte, Stopp! Wenn wir's Militär sehen Ah, Stopp! Nehmt euch diese Babys Wie twinkt ein gutes Warte, stopp! Warte, stopp! Warum rett ich denn mich? Warte, stopp! Warte, stopp! Warte, stopp! Warte, stopp! Für jeden ist da was Wo ist wie was wo? Wo ist denn der Ollehund? Wo ist denn der Ollehund? Ich will auch Heilungen haben Wenn jetzt Wo? Hier müssen wir überleben Keine mehr Soll ich dich heilen? Nein, nein, nicht heilen, nur für alle Fälle. Ist immer gut, Heilung dabei zu haben. Wir aktivieren. Vorsicht! Noch nicht, noch würde ich noch nicht aktivieren. Ich würde erst mal eine Sniper-Position suchen. Zoe kann nicht um sich selbst kümmern. Typisch Frau. Ja, ne? Okay, willst du irgendwas aktivieren? Klasse! Yeah, ich musste es mir nur wünschen und schon liegt da was. Ja, Gett hat ein Baby gefunden. Oh ja. Ups, ich hab auch... Nu, was machen wir jetzt? Gett für Deckung, hab ich gesagt. Äh, was heißt Deckung? Bär. Okay. Was zieht denn jetzt? Hilfe naht, verteidigt euch. Als ob die wissen, dass die Hilfe naht. Was zieht denn jetzt? Jetzt kommen Gegner. Links. Hier die Kartons, die hier rumliegen. Wow! Hilfe! Hilfe! Sniper-Worderwischt. Dankeschön. Boah, macht die Breakers wenig Schaden. Ah, genau. Ich glaub, ich bin mal unter diesem Fackel gegangen, als der ganz unten war. Oder Schlitz davor. Und bin gestochen. Was zieht denn gerade? Der Wagen fährt runter. Wo? Das frage ich mich auch. Nö, sehe ich nicht. Ich auch nicht. Ah, hast du Scheiße da hinten. Mann, die Waffe nervt aber auch ein bisschen. Hat zu wenig Schuss gerade. Kann ich mal lieber zwei Waffen mitnehmen? Hitler! Irgendwann kennt man das ja auch. Also, das Level und so. Hitler! Hitler! Ich sag mal eben, Hitler. Ah, ich hab schon wieder noch. Ich hab mal eine riesige Welle von irgendwie so 5.000 Zombies kommen. 5.000 Zombies. Ich hab doch einen Molli. Jetzt bin ich bestimmt besser. Mauern! Ah! Scheiß Hitler jetzt. Voll die Hoodie. Hoodie-Leute. Immer alles Kogoro. Halt die Fresse, sorry. In der Welt. Das ist heute ewig, bis das runter kommt. Oh mein Gott! Der Fleischer, komm! Schnell hoch! Ich bin dabei. Ich brauche Rückendeckung. Oh, Donkey, komm! Ah, wir können nicht. Oh, nö! Doch, nö! Soll ich das nehmen? Ich hab nur so einen Shotgun. Links! Achtung! Dings kommen ganz viele. Ich kann es nicht nehmen. Hallo! Ach du Scheiße! Wo kommt ihn an der? Hilfe! Wo kommt ihn an der? Hilfe! Wo kommt ihn an der? Wo kommt ihn an der? Oh, ne, wie denn? Schon wieder ein Hitler hier gewesen. Der stirbt nicht da. Nee, der stirbt nicht. Der kommt immer wieder. Aber die, äh, die, die Großen sind aber auch echt am Anschleichen immer, oder? Na ja, eigentlich schon was. Ich rette dich gleich nicht mehr. Dann kannst du mich mal... Ach, wirst du ruhig stirbt. Hitler, schon wieder. Hey, den hab ich getötet. Das warst du gar nicht. Vorsicht! Jetzt ist irgendwie... Gerade am... Warum bist du orange? Der wurde ange... Äh... Weil ich vor dem Bubba getroffen wurde. Ja, Zerlin. Guck, treff die Mini-Gang nicht. Wirklich. Wer... Das... Wer braucht denn so lange... Stromausfall! Stromausfall! Wer braucht denn so lange... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Charger. Wo, 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 wo? Muss es jetzt versackt, die... Muss jemand versackt. Nö! Wenn das wirklich so lange braucht für jedes Auto, ey, was ist denn das für ein Kack-Unternehmen hier? Donkey Kong, Donkey Kong. Ich hab Donkey Kong gehört. Was ist der Junge? Ich hör gar nichts. Ich hör die Musik ein bisschen. Wir müssen den Generator neu aktivieren, Tufiko wird's. Ja, ich kümmer mich jetzt noch. Nö. Shit on the tank. I don't care. Aua, Donkey Kong hat mich erwischt. Oh nein, ich hab keine Waffe mehr. Ich mach das, ich bin hier der Elektroniker. Aua, Aua, warum nicht auf mich? Nein, Aua, Hilfe. Ich hab ihn gehet, ich hab Donkey Kong getötet. Danke. Sollte die hier nicht runterstehen, dann sterbt ihr. Hilfe, Hilfe, das Lenderman. Böser Lenderman. Hilfe, Hilfe. Aua. Ah, hier. Ich fahre. Nicht Zoe fahren lassen, sind wir verloren. Ja, da ist er. Im Büro ist gerade ein Menschen. Eine Frau am Steuerungeheuer, oder wie war das? Ja. Unterfragen, das ist ja auch so ein Ungeheuer. Ach, lass mich in Ruhe. Zoe fährt gerade den Wagen. Die Überlebenden konnten fliehen. Bist an der nächsten Ecke, da sind sie irgendwo reingeraten. Crashkurs. Oh, dann. Ich dachte, das war die mit dem Überlebenden. Das war ja noch kürzer als sonst. Letztes Mal haben wir eine Stunde. 22 Minuten nur. Letztes Mal haben wir eine Stunde pro Dingens gespielt. Sehr gut. So, gucken wir doch mal, wie Zoe mal wieder abge... Hätten wir irgendwie am Ende töten sollen mit 15 Molotovs oder so. Einfach weglassen, einfach da lassen. Ja. Und sagen, upsie. Dann wiederum muss sie sich ja gleich abwaschen vom ganzen Blut und das ist natürlich dann wieder Fanservice. Ja. Ja. Also. Wow. Ich bin ja heute sehr gut abgegangen. 1, 1, 1, 1, 22. Ich bin wie immer... Ja. Hat am wenigsten Schaden erlitten. Ja. Ja, Jesne, du Buhn. Ach. Hat am wenigsten Vermündete getroffen. Ja. Ja, aber ich habe am meisten. Ja, du hast am wenigsten. Du hast aber auch... Weil du... Ich musste ja auch immer... Aber ich musste Zoe ja immer retten. Und deshalb musste ich sie immer anschießen. Und sie... Äh, 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 nicht. Hey, du bist der beste Schütze gewesen. Ja, weil ich ja so direkt helfen musste. So hieß es. Siehst du am wenigsten genau von der Nase.